Das ist ein Bus, das ist die Gamescom und das ist mein Schulbus und das sind meine Fahrgäste. Wir fahren jetzt auf der Gamescom mit echten Menschen in einem echten Bus durch Köln. Und es regnet nicht, das ist ganz geil. Jetzt könnt ihr einsteigen. Hopp, hopp. Gehen wir mal zu unseren Fahrgästen in den Bus und schauen mal, wer denn so alles da ist. So, hallo. Ich bin der Kalle. Ich bin der Kasim. So, genau. Ach, schön hier. So, und dann würde ich sagen. Motor starten. Motor starten. Wo war dein Name? Kasim. Kasim. Der Kasim fährt uns jetzt durch Köln. Haben wir einen Zugführerschein? Ich habe tatsächlich überlegt, weil ja die Eintracht Spandau hat ja auch einen Bus und ich dachte, vielleicht fahre ich mal die Mannschaft irgendwie wohin. Aber ich habe da noch nicht so die Zeit für gefunden. Also wenn es da draußen eine Busfahrschule gibt, die mir den Busführerschein in schneller Würze und Kürze tatsächlich, die ich freibringen kann. Oh, Licht! Dann meldet euch. Ja, wir können ja mal hier so durchgehen, wen wir denn hier so haben. Wen haben wir denn hier? Florian, von Gamescom Social Media. Ja, von Gamescom Social Media sogar. Haben wir die richtigen Leute eingepackt direkt, ne? Und dann haben wir wen? Gamescom. Auch die ganze Gamescom sitzt jetzt hier quasi auf der anderen Seite des Stuhls. Auch nicht schön. Äh, nicht schlecht. So, wir müssen mal winken. Hallo! Wie will ich mal winken, ne? So. Aber du wolltest ein Katzenbild, oder? Ja. Oh, ja, unbedingt. Wen haben wir denn hier nochmal? Die Selina. Die Selina. Ja, schön. Hallo, meine Katze ist... Und mag suschen. Ist am besten, wir schneiden das auch raus. So, oh, wen haben wir denn hier? Kann ich mal die Fahrkarte sehen? Hallo, ich muss mal ein Bild von meiner Katze. Ich kann das selber nicht. Ich kann das selber nicht. Ich kann auch mal Mucke anmachen. Das ist ja ein Mucke von mir, ne? Das ist ja ein Ted Kronin. Ja. Das ist ja ein Mucke. Das ist ja ein Mucke. Das ist ja ein Mucke. Hallo und herzlich Willkommen an Bord von Kalle Koschinski! Hier gibt's Taschen. Applaus. Ich liebe Taschen. Danke, danke. Ja, tolle Stadt in Köln hier, ne? Unsere nächsten Halterstellen gibt's nicht. Wir fahren wieder zur Gamescom und dann ist Feierabend. Dann gibt's jetzt Geschenke, ne? Ja, toll. Ich geh mal hier an meine Eistruhe. Ich weiß nicht, was da drin ist. Oh, guck mal. So. Ich muss jetzt immer wieder laufen. So ne Scheiße. Wir werden dich hier weiter verteilen, liebe Jailer. Oh, Scheiße. Naja, das nimmt Vladi. So. Naja, ansonsten, ich hör gern Mucke. Jetzt schreit mal jeder seine Lieblingsmusik rein. Rap. K-Pop. So, K-Pop. Schön, ja, toll. So. Scheiße. Ich bin Rentner früher. Oh, ist das anstrengend hier. Oh, wann wackelst du denn so? Mann! Kann doch keiner arbeiten so! Und Adrian, willst du auch einen? Jetzt fahr anständig, bitte. Kann ja keiner hier durchlaufen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, naja. Hallo. Hallo, wir fahren grad Bus. Na? Ey, voll cool. Vorsicht hinter diesem Bus. Hallo! Na, der hat Angst. Wenn die Polizei kommt. Ich war das nicht. Wir kennen uns alle nicht. Ja, das ist nie passiert hier. Hallo! Sag Walla. Zu unserer Rechten dann nochmal Bäume. Park. Ungangssprachlich nimmens Park tatsächlich. Boah, ist das wieder geil hier oder was? Ja, ne? Schön im Bus. Juhu! Also, Köln hasst mich langsam. Wir wollen einmal Mucke. Einmal hier. Kastrop. Scheiße da. Spann doch. Alle wollen Party, also Hände hoch. Harte Bässe. Ebenlos. Keine Angst. Wir schießen nicht. Wir tänzen nur. Wir helfen ab. Wir sind schwere los. Wuuu! Ah, jetzt können wir nach Hause. Nach Hause telefonieren. Leck mich doch am Arsch. Oh ja. Ach. Wie lange machst du das hier schon? Ja, schon über 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Und macht noch Bock? Ja, natürlich. Schön. Das sieht man sich bei mir an, oder? Ja, ja. So, liebe Reisegäste. Wir nähen uns wieder der Messe Köln, ne? Wir sind ja in Köln. Ja, und ich darf mich natürlich bedanken, dass ihr euch getraut habt mitzufahren. Hier bei Kalle Kuschinski on Tour oder was oder wie? Jetzt hör doch mal auf. Da würde ich gerne noch mal einen Applaus für euch selber. Dass ihr das euch getraut habt. Ne? Schön, schön, schön. Wenn wir gleich stehen, bleib bitte noch einmal kurz sitzen. Ich möchte nämlich auch ein Foto für mich mit allen. Also lächeln dann, ne? Wenn es so weit ist. Guten Tag, ne? Immer weiter. Komm, hüpf rein, Adrian. Komm, schnell. Die Taxifahrer holen alle drauf. Toll. Tolles Publikum. Hallo, hallo. Mensch. Ne? Ja. Das wäre immer eine Fahrt, ne? Wilde Fahrt, ne? Wilde Fahrt. Fast verhaftet worden gerade. Na, hier wird sie noch geprügelt worden. Hinter Halle A. Hallo. Nächstes Jahr wieder? Ja, gerne. Hey, Jayla. Mach doch mal bitte noch diesen Rentner-Song an. Den haben wir doch gar nicht gehört. Hallo. Wieso winkt ihr nicht? Oh, schön. Ja, war doch jetzt eh zu Ende. Aber hier, ne? Käsekuchen. Hä, was für Scheiße. Hä, was für Scheiße. Ja, jetzt waren wir einmal mit dem Bus-Simulator-Bus in Köln unterwegs. Ich bin komplett nass. Das war schon geil, Digga. Lasst ein Like da oder so. Lassen flessende übermorgen. Oh, besser? ksi. いくte. bis jetzt? k